Ah, das ist unangenehm. Du kannst einen Satz abspielen und musst dich erstmal erholen von diesem Satz. Wie ist er da drauf gekommen? Ich kann diese Sätze nicht verarbeiten. Ich habe lange nicht mehr so viel ein Video zugeschickt bekommen, wie das von dem Torik. Torik, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist ein, ich sag mal, ein Christ, eine bestimmte Art von Christ. Und er kam in einem Video von mir mal vor, wo ich generell über so ein bisschen christliche TikToks gesprochen habe. Und da unter anderem habe ich TikToks von ihm gezeigt, wo er, glaube ich, so Sachen gesagt hatte, wie, ich glaube, er hat gesagt, weiß ich, Schwulsein ist, ach, ich will ihn jetzt nicht missquoten. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, ich will ihn jetzt nicht missquoten. Aber dann haben mir ganz, ganz viele Leute zugeschickt, dass er wohl ein Antwortvideo gemacht hat auf mich sozusagen. Das ist, glaube ich, das hier. Genau, Rezo hat ein Video über mich gemacht. Mit Homosexualität ist Sünde auf dem Thumbnail. Und ich habe leuchtende Augen, rot leuchtende Augen, wie ein Dämon. Das wird abgefahren. Was mich wundert ist, bevor wir starten, was mich wundert ist, das Video, also das ist aus dem Video, wo er drin vorkam von mir, das ist, glaube ich, drei Monate her, ne? Also, und jetzt, das kam irgendwie jetzt, jetzt raus, ne? Vielleicht macht dieser Thorik ja sonst bessere Sachen. Höhle mich. Bombastisch. Thorik. Neftig. Dein Gott. Ich glaube, Jesus, die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Hallo, liebe Freunde, jetzt einfach... Oh, jetzt wird es leiser, weiter muss ich wieder lauter machen? So. Okay, let's go. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, oder auch nicht, hat der liebe Rezo aka Arenso ein Video bezüglich mir gemacht, beziehungsweise der christlichen TikTok-Community, in wel... Ja, aber es ist schon länger her, oder? Habe ich es richtig im Kopf, dass es, ähm, dass das Video von mir dazu wirklich so drei Monate her ist oder so? Ich bin jetzt zu faul nachzugucken. Drei Monate? Vier Monate? Okay, manche schreiben vier in den Kommentaren. Und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein... Oh. Was hat er gesagt? In welchem er auch meine Clips verwendet hat und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein Video eingehen möchte. Okay, das ist doch schon mal gut. Es ist doch schon mal gut, dass er jetzt ein Antwortvideo macht und sagt, ey, ich möchte da irgendwie Sachen konkretisieren. Äh, er wurde aus dem Kontext genommen. Das Ding ist, er wurde halt nicht aus dem Kontext genommen, ne? Also, ihr wisst es vielleicht im Falle, ihr wisst, vielleicht hab ich ja seine TikToks total zusammengeschnitten, äh, die ich da gezeigt habe. Aber, ähm, ich sag mal so, also, als wir diese TikToks gesehen haben von ihm, das war schon, dass ich so im Office dann zu den anderen auch hingegangen bin und gesagt hab, hä, was haltet ihr denn davon? Und die auch so, Digger, was geht bei ihm? Also, war jetzt nicht so, naja, weiß ich nicht, äh, dass ich da irgendwie rum, rumgetrickst habe. Aber, aber, vielleicht lüge ich euch auch völlig an und er zeigt in diesem Video jetzt den richtigen Kontext. Ich sage ja schon lange, dass die Musikindustrie dämonisch ist. Hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich hier leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, genau, du hörst dämonische Musik. Ist ein bisschen schade, dass die Videoeinspieler aus seinem Video, also mein Video in seinem Video, ist lauter als sein Video. Und du bist auf den Teufel reingefallen. Und ich sage es nicht ohne Grund. Gucken wir uns das Musikvideo von Lil Nase X an, was gerade rausgekommen ist. Okay, okay, okay. Wir starten jetzt ins Video rein. Sein erster Punkt ist, äh, die Musikindustrie ist teilweise dämonisch. Das ist sein Punkt. Darüber hatte ich mich so ein bisschen teillustig gemacht in, ähm, dem Video von mir. Und er sagt, das ist aus dem Kontext geschnitten oder nicht aus dem Kontext geschnitten, aber es ist, aber er bestätigt das. Er stellt sich an einem Kreuz dar, er zippt das Abendmahl, als hätte es keine Bedeutung. Aber nicht nur... Er zippt einfach das Abendmahl der Lil Nase X. Lil Nase X ist so, sondern auch Kendrick Lamar, welcher Rezo in seinem Video genannt hatte. Er selbst hat sich schon blasphemisch, selbst als Jesus dargestellt mit Dornenkrone, um ihn, ja, zu spotten praktisch gesehen. Das gleiche gilt auch für Taylor Swift. Um zu spotten, ja. Taylor Swift, bei ihr war es sogar so... Ich glaube, von all denen, die er jetzt gerade aufgezählt hat, ist Taylor Swift die schlimmste. Ich glaube, die ist... die ist voller Dämon-Digger. Krass, dass es gab Leute an ihrem Konzert, die haben komplett ihr Erinnerungsvermögen ans Konzert verloren. Es gibt Schlangenhintergrund, es sieht komplett okkult aus. Wie ist das jetzt seine Begründung? Okay, seine Begründung ist, Taylor Swift ist voller Dämonen, weil auf dem Bühnenbild sind diese Schlangen. Und irgendwer im Internet meinte, er konnte sich nicht mehr erinnern an das Konzert. Ist das richtig? Hm. Ey, ich... ich glaube, er hat recht. Ich glaube, bei Taylor Swift ist es ja so, die kommt doch so vom Land. Das ist doch so ein Country-Girl, oder nicht? Ah, das sind die Schlimmsten. Ich glaube, da ist halt Hexerei voll schnell am Start. Da geht man mal, da ist ja auch... Da sind so nicht so Straßenlaternen irgendwie nachts. Du gehst halt ganz schnell in den Wald, da sieht niemand, was du machst. Machst ein Feuer an, tanzt da drum so nackt. Das ist doch so Hexen. Das Gleiche gilt aber auch für Billie Eilish. Billie Eilish manifestiert... Die sowieso, die sowieso. ...einen unreinen Geist sogar auf Bühne. Hier der Beweis. Wow. Wir haben den Beweis, Billie Eilish ist dämonisch, weil sie macht... Sie lehnt sich nach hinten und macht so ein bisschen... Wie heißt das? Brücke? Wie heißt das? Diese Stell... Diese... Die... Die... Die Körperhaltung, die sie gerade hat. Das Gleiche gilt auch für Lil Uzi Vert, XX Tentation, Juice WRLD oder Travis Scott. Bei Travis Scott war es sogar so krass, dass sein ganzes Ritual abgehalten hatte. Mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben. Leute haben sich komisch gefühlt, die sind übernatürlich... Okay, das ist jetzt ganz weird geworden. Bisher war es so ein bisschen funny. Aber das jetzt schon ein bisschen sehr... Nee, eigentlich ist das nicht okay, was er jetzt gerade gesagt hat. Okay, stopp. Ganz kurz. Bis dahin war es halt... Stupid Shit. Ha, 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 wir lachen alle. Er lacht vielleicht auch. Keine Ahnung, vielleicht rollt er. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Ist halt stupid. Aber das hier ist jetzt ein bisschen mehr als stupid, weil da sind halt Leute gestorben. Da sind nicht Leute gestorben, so wie er das irgendwie, ich sag mal, framed. Weil da ein Sch***portal im Hintergrund war. Und weil, äh, weil, weiß nicht, da irgendein Ritual war mit einem Portal oder so. Da sind halt Leute gestorben, weil es, glaube ich, eine Massenpanik gab. Und Rettungskräfte irgendwie nicht richtig durchgekommen sind oder so. Und dann sind da halt Leute gestorben. Jetzt, boah, Alter. Jetzt, wenn ein Torik da jetzt hinkommt und dem Bühnenbauer eine Teilschuld daran gibt, dass Leute gestorben sind, weil er hat da ja das Portal gebaut. Und das Portal hat ja dazu beigetragen, Leute zu töten oder so. Das ist einfach nur eklig. Nee, da wird es ein bisschen... Und es ist... Respektlos den Leuten gegenüber, die gestorben sind, ne? Also, f*** respektlos das zu instrumentalisieren für deinen Dämon-Trip, Digga. Nee, 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 das war jetzt bis dahin funny, funny, stupid. Das war jetzt ein bisschen mehr unangenehm, stupid. Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben. Leute haben sich komisch gefühlt. Es sind übernatürliche Dinge passiert. Dämonen. Doch warum nenne ich das Ganze ganz simpel? Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Ich war kurz skeptisch. Ich hab mir kurz gedacht so, really? Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik? Ist es so? Aber dann hat er gesagt... Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Da war ich skeptisch, aber dann hat er gesagt... Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Ja, und dann ist doch was gut. Ich war kurz skeptisch, aber dann hat er gesagt, es ist die Wahrheit. Ja, dann, wenn Torik sagt, es ist die Wahrheit, dann wird es doch die Wahrheit sein, oder nicht? Du kannst auch unre... Also ich hab noch nie im Internet jemanden gesehen, der gesagt hat, es ist die Wahrheit, etwas nicht weiter belegt oder begründet hat, aber gesagt hat, es ist die Wahrheit und dann hat es nicht gestimmt. Also das ist noch nie passiert. Ich würde es jetzt einfach mal so glauben. Ich finde es stimmt. ...deine Geister bekommen durch Filme. Klingt noch heftiger, ich weiß, aber ich selbst habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, ne, habe ich... Ja, vor allen Dingen... Nee. Nee, ich wollte jetzt gerade gegen deutsche Filme fronten, aber ey, deutsche Filme haben es schwer genug. Ich wollte jetzt... Nee, ich fronte jetzt nicht gegen deutsche Filme. ...an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film... Einen Disney... Warte, was hat er gemacht? Ja, ich weiß, aber... Ich glaube, ich habe gehört, was er gesagt hat, was er gemacht hat, an dem Mädchen. Ich selbst habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, ne, habe ich an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film, einen Disney-Film, einen unreinen Geist bekommen hat. Okay, ey, ich bin mit so guter Laune in dieses Video reingestartet. Ich dachte, ey, es wird so ein bisschen locker, so ein bisschen funny, so ey... Aber dann war das mit dem Portal, dann war das mit dem, Leute sind gestorben wegen Portal, so... Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass Thorik darüber redet, dass er Exorzist ist. Also Befreiung ist doch, vielleicht verstehe ich es jetzt völlig falsch, aber eine Befreiung ist doch das, was man bei einem Exorzismus macht. Da sind irgendwie unreine Sachen in dem Menschen drin, das ist auch das Prinzip, und man holt den heraus. Wie ging das bei der Exorzist? Irgendwie sowas. Da wird sowas gesagt, sowas gerufen, dies, das, und dann ist es jemand befreit von diesen Sachen. Und das ist superkritischer Todes-Stupid-Schnitt. Also da hört irgendwann so ein bisschen, so ein bisschen auch der Spaß auf, ne? Also jeder soll ja für sich selber zu Hause glauben, was er will. Solange du damit niemanden, äh, niemanden einschränkst oder so, ist ja alles, alles cool. Aber, äh, bei Exorzismus hört der Spaß so ein bisschen auf, weil Exorzismus wirklich zur Folge hat, dass Leute sich halt nicht professionelle Hilfe suchen, die sie eigentlich bräuchten. Und weil Exorzismus, ich glaube, literally dafür sorgt, dass Leute sterben. Äh, es ist, kommt nicht selten vor, dass Menschen bei Exorzismen, ist das der Plural? Exorzismen? Äh, nein, da sterben Leute bei. Sie hat den Film Melissa Fint geguckt von Disney, daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen, ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Ich hab auch neulich, äh, nee. Digga, ich muss mich immer, ich muss manchmal Jokes unterdrücken. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich hab, nee. Jeder, der meine Livestreams guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Nein, ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendwie den Spaß zu verderben. Ich will auch nicht religiös sein. Hat er gesagt, ich will nicht religiös sein? Guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendwie den Spaß zu verderben, sondern ich will dir sagen, dass worauf du meditierst mit deinen Gedanken, das wirst du. Die Bibel sagt, so wie du glaubst, dass du in deinem Herz bist, so bist du... Ah, das ist unangenehm. Das ist unangenehm auf einem anderen Level, ne? Also das ist auch wirklich halt super, super kritisch. Dass es überhaupt noch so Exorzismus gibt, ist einfach, weil Leute stupid sind und mit irgendwelchen dummen Traditionen nicht loslassen können oder so. Das hat ganz, ganz viele strukturelle Sachen natürlich auch. Ich glaube, in der katholischen Kirche ist das immer noch ein Thing. Also ich glaube, es ist immer noch eine Sache so. Mittlerweile, glaube ich, haben die gesagt, ja, wir müssen vorher irgendwie einen Arzt nochmal drüberkommen, ob wir einen Exorzismus irgendwie durchsetzen, durchführen sollten oder so. Ich glaube, da gibt es mittlerweile Einschränkungen, die es vorher noch nicht gab oder so. Jedenfalls in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern natürlich auch nicht oder so. Aber dieses, die Welt wäre einfach eine bessere, wenn so Leute einfach nicht sowas machen würden. Die Welt wäre einfach eine bessere, wenn man einfach verstehen würde. Ich meine, ich verstehe es ja, ich verstehe es. Damals, als diese Denkweise gestartet ist, dass Leute gesagt haben, ey, hier sind Leute, die haben doch bestimmt einen bösen Geist in sich drin. Was ist denn der historische Hintergrund, dass das passiert ist? Dass manche Menschen der Meinung waren, dass andere Menschen irgendwie einen bösen Geist in sich drin haben. Das war eine Erklärung für Sachen, die sie gesehen haben. Zum Beispiel gibt es Leute, die psychische Erkrankungen haben oder so. Es gibt Leute, die vielleicht schizophren sind. Es gibt Leute, die vielleicht autistisch sind oder so. Und wenn du vor tausenden von Jahren das gesehen hast, hast du halt natürlich keinen Plan gehabt, dass es sowas wie Autismus gibt. Natürlich nicht. Du hast keinen Plan gehabt, dass es sowas wie Schizophrenie gibt oder so. Natürlich wusstest du das nicht. Und dann brauchst du eine Erklärung und was hast du dann gesagt? Ja, keine Ahnung, das wird halt wohl ein böser Geist sein. Verstehe ich. Das ist halt, wenn Leute ungebildet sind oder uninformiert sind. Ich wäre ja gar nicht auf die Leute vor 2.000, 3.000 Jahren. Ich wäre genauso gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir als Menschheit waren halt noch nicht so weit. Aber das ist doch nicht ein Grund dafür, dass wir jetzt tausende Jahre später, wo wir viel weiter sind, diese Rückschritte machen. Einfach nur, weil wir das wichtig finden. Nee, langsam finde ich es richtig schade, was er sagt. Langsam finde ich es richtig schade, was er sagt. Nee, finde ich nicht cool. Nee, 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 nee. Also da gibt es ja auch, nee, nee, es gibt ganz viele Sachen, die Leute wie er als durchgeführten Exorzismus dann als was Positives irgendwie wahrnehmen oder so. Und als Beleg dafür, dass es da irgendwelche unreinen Geister gibt und als Beleg dafür, dass es irgendwie exorziert werden müsste oder so. Was einfach nichts mit Geistern und der geistlichen Welt und dem Teufel oder so zu tun hat. Wir wissen, wir wissen in der Psychologie, dass es ganz, ganz viele, dass die menschliche Psyche extrem komplex ist, dass es viele Aspekte da gibt, dass es Dissoziation zum Beispiel gibt. Also, dass sich bestimmte Sachen in deinem Körper von der Wahrnehmung zum Beispiel trennen oder von der Kontrolle trennen. Also, dass zum Beispiel deine Hand sich bewegt, ohne dass du sie bewegen möchtest oder dass du Sachen sagst, ohne dass du die sagen möchtest oder so. Oder dass dein Körpergefühl so ist, dass du irgendwie von oben drauf guckst, das ist Depersonalisierung, heißt das zum Beispiel. Ach, scheißegal, Digga, ich muss das jetzt nicht erklären, ihr wisst doch alle was. Nee, nee, ich werde auch gar nicht, ich werde jetzt nicht frustriert. Auch. Das heißt, wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin Versager, du hast die ganze Zeit eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann. Nee, ich habe eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager. Und dementsprechend handelst du auch. Wenn du die ganze Zeit gottlose Musik hörst, Musik hörst, die antichristliche Sachen, satanistische Sachen verherrlicht, dann wirst du dich irgendwann dem anpassen. Wenn du... Digga. Digga. Dann bin ich verloren. Wenn das so ist, wie Torik da gerade gesagt hat, wenn das so sein sollte, dann bin ich so verloren, Digga. Wirklich, die Mucke, die ich höre, seitdem ich, seitdem ich jugendlich bin, bis zum heutigen Tage, ist... Nee, dann bin ich verloren. Dann bin ich komplett verloren, das ist nicht mehr rettbar. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ja, ich stehe dahinter. Als nächstes will ich darauf eingehen, dass ja, Homosalität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Ich weiß, wenn ich das in der heutigen Gesellschaft sage, kriege ich viel Hate, aber... Ey, ganz kurz, Leute. Es haben bestimmt manche Leute von euch gesehen, dieses Video. Wird das noch viel schlimmer? Wir sind gestartet mit ein bisschen funny, ha, 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 Taylor Swift ist vom Dämon besessen. Eine Minute später geht es um Exorzismus. Eine Minute später sagt er, Homosalität ist nicht normal. Steigert sich das jetzt so auf der Ebene? Cool. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Schön. Ich hatte von Pia übrigens noch ein paar Links bekommen, weil er hatte irgendwie heute oder gestern noch ein Video veröffentlicht, was wohl irgendwie super, super lang geht. Also, ich glaube, über eine Stunde. Und da hatte ich, das gucken wir uns natürlich nicht an, weil, Digga, ich gucke mir jetzt nicht über eine Stunde Video noch da an, aber Pia hatte so ein paar Timecodes mir geschickt, da kann ich auch gleich noch draufklicken. Aber nicht jeder, der Homosalität... Also, nur kurze Ausschnitte sozusagen aus dem anderen Video. Okay, also ich muss es jetzt nicht dazu sagen, auch das ist einfach, ähm, einfach intoleranter, stupid, was er da redet. Völlig klar, wissen wir alle. Homosalität ist nicht normal. Das ist, Digga, es ist einfach queerfeindlicher, bla bla. Es ist Standard. Also, es ist ja auch nichts, was uns jetzt überrascht. Wir wissen alle, dass es Leute gibt, die so sind. Und die Welt wäre eine bessere, wenn er nicht so wäre. Punkt. So schreiben mir ganz viele Leute auf Instagram, dass sie frei werden wollen davon. Und sie sollten auch dieses Recht haben. Homosalität laut Bibel ist nicht normal. Römer 1, 26 bis 27. Torik ist unironisch ein Mensch, der sein Leben offenbar, so wie ich ihn jetzt verstehe, wirklich danach ausrichtet, dass er sagt, die absolute Wahrheit ist dieses Buch und alles, was da drin steht, das stimmt. Und das Weirde ist, ich hab doch, das ist eine Antwort auf mein Video dazu. Und ich hab doch in genau dem Video, wo er gerade darauf antwortet, das alles ausgehebelt. Ich hab das doch alles zugehebelt. Alles. Unter dem Video, was ich da gemacht habe, haben unzählige, vor allen Dingen Christen, drunter geschrieben, vielen, vielen Dank, ich bin Christ und vielen Dank, Riso, dass du das so dargestellt hast. Weil Christentum ist was ganz anderes, als was da so ein paar vereinzelte Deppen auf TikTok irgendwie posten. Und jetzt kommt er an und muss ich das jetzt nochmal wiederholen? Muss ich nochmal? Keine Ahnung, Digga. Und 1. Korinther 6, 9 bis 10, so wie Leviticus, das Alte Testament, einigen sich alle da. Er kann Logik nicht folgen. Ich glaube auch, er kann Logik nicht folgen. Also ich krieg einen krassen Vibe von, er ist kognitiv und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern wirklich als, ich bin überzeugt davon, dass er nicht in der Lage ist, logisch zu denken und wirklich logisch Schlüsse zu ziehen. Darauf, dass der Hummus nicht in den Himmel führt, wie der natürlich ist und ein Gräuel in Gottes Augen ist, um es ganz klar zu formulieren. In dem Video habe ich so viele Beispiele aufgeführt von anderen Sätzen in der Bibel, die, und da sind wir uns alle einig, Trash sind. Und das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Die Bibel ist total wertvoll in ganz vielen Punkten, der christliche Glaube ist total wertvoll in ganz vielen Punkten und trotzdem gilt, dass es ein paar Stellen in der Bibel gibt, die halt Trash sind und nach denen auch Gott sei Dank, Gott sei Dank, fast kein Christ lebt. Und so Stellen wie, ich krieg's nicht mehr wörtlich auf die Kette, aber so Stellen wie, ähm, äh, wenn du störrische Kinder sollst du vor die Tore der Stadt ziehen und einbuddeln und deine Friends holen, alle Männer aus der Stadt holen und dann sollen alle Männer aus der Stadt, äh, die sollen so eingebuddelt sein bis zum Kopf, die Kinder, wenn die störrisch sind, ne, wenn die widerschwendig sind, dann sollen alle Männer aus der Stadt Steine auf die Köpfe der Kinder werfen, bis die Köpfe der Kinder komplett matsch sind, damit die Kinder tot sind. Das steht in der Bibel. Und das ist so schade, Alter. Eigentlich ist es so f***ing simpel. Es sind so, die kernchristliche Lehre, die Kernlehre von Jesus Christus hat damit nix zu tun, ne? Hat nix damit zu tun, irgendwelche Kinder zu steinigen, die störrisch waren. Hat nix damit zu tun, dass irgendwelche Gays nicht gay sein sollen oder so, sondern die Kernlehre von Jesus, ist was ganz, ganz anderes und hat für viele Leute einen super positiven Wert und eine super positive Auswirkung. Und dann kommen solche Leute daher, die einfach alles so sch*** machen müssen, weil sie nicht damit klarkommen, dass einzelne Sachen in der Bibel vielleicht nicht so geil sind. Die sind, aha. Der frei wurde von Humboldt. Er hat einen unreinen Geist manifestiert, er hat angefangen zu zittern, wow, etc. Und wurde frei im Namen von Jesus. Krass. Coole Story. Ich weiß, das klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Nee, nee, das ist nicht, das ist nicht das Heftige in dem Video. Es gab andere Sachen, Torik, in deinem Video von dem, was du gesagt hast bisher, das klang heftiger. Vor kurzem hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben, der transgender ist und der weiß, dass es nicht richtig ist, aber irgendwas in ihm sagt ihm, dass er im falschen Körper ist. Ja, cool. Krasser Beleg. Danke dir. Wenn eine Stimme da ist, ist eine Person da. Wenn etwas in dir sagt, dass du im falschen Körper bist. Ich glaube, er merkt nicht mal, dass es kein, kein logischer Gedankengang ist, den er hat, sondern er haut einfach drei Anekdoten raus, die grob was mit dem Thema zu tun haben und sagt, dann seht ihr, fertig. Also es ist ja nicht mal eine Gedankenkette, es ist ja nicht mal eine Kausalkette, es ist, ah, Digger. Dann guess what, du brauchst Befreiung. Ruffy, danke dir. Und das sage ich nicht aus einem hasserfüllten Herz, sondern ich sage dir, Jesus liebt dich und er will dir ein neues Herz mit neuem Verlangen geben. Okay, das gesagt, möchte ich noch hinzufügen, dass, guck mal. Boah, Alter, ich merke auch, wie, wie triggert ihr alle seid im Chat, ne? Also das, äh, ich, ich scheine hier nicht der Einzige zu sein, der, ähm, wirklich, ja, ich, ich finde es einfach schade, ich weiß, dass es so Leute gibt. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die queerfeindlich sind, nicht logisch denken können und eine sehr simple Wahrheit bevorzugen und deswegen halt, weiß ich nicht, ähm, auch gegen Leute halt gehen. Äh, natürlich wissen wir, dass es solche Leute gibt, aber es ist halt schade, das zu sehen. Homo sagt, es ist nicht so, dass die Sünde hier ganz oben ist und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es steht, Stehlen ist, egal ob es Homo ist, Pädophilie ist, ähm, Sofilia ist, ist außerhalb der Ehe, Sofilia ist, das ist die Aufzählung, Leute. Das ist die Aufzählung. Lass uns nochmal die Aufzählung hören. Und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Homo ist, Pädophilie ist, ähm, Sofilia ist, Ist doch alles gleich. Ist außerhalb der Ehe, Sünde, alles gleiche Sünde, alles gleiche Sünde. Oh, Digga, es ist halt so dumm. Ähm, äh, dieses Ganze, dieser ganze Take bringt einen halt gar nicht weiter. Der bringt einen halt gar nicht weiter, weil du sagst halt letztlich, ja, wir sind alle Menschen, alle Menschen sind voll Sünde und wir brauchen Jesus Christus, um uns zu befreien und deswegen müssen wir an Jesus glauben. Wir kennen es. Es ist doch, es ist ja nichts, was jetzt, wo jetzt irgendjemand sagt, ach krass, ah, so habe ich das noch nicht betrachtet, das habe ich noch nie gehört. Die Sünde ist Sünde, eine Sünde, damit brichst du das Gesetz gegenüber Gott und eine Sünde ist, schickt dich auf den Weg in die Hölle. Die gute Nachricht ist diese, dass Gott liebt dich so sehr, dass er vor 2000 Jahren ein Mensch... Gott liebt dich so sehr, dass er laut Torik dich in die Hölle schickt, wenn du nicht ganz das, wenn du nicht genau das gemacht hast, in deiner Lebenszeit, was er gern hätte. So sehr liebt er dich. Mensch wurde in Form von Jesus Christus. Das ist Liebe. Er hat ein perfektes Leben geführt, ohne zu lügen, ohne zu stehen. Ganz kurz, nur um das zu betonen, ich... Hier nicht auf den christlichen Gott. Ich glaube, der christliche Gott ist viel cooler, als was Torik glaubt. Toriks Gott, nicht der christliche Gott, Toriks Gott, der ist wack. Der christliche Gott, laut mir, ist viel cooler. Der liebt dich nämlich wirklich. ...ohne zu sündigen und ist dann für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er wurde begraben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden, sodass, wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf den Weg in die Hölle bist. Er ist halt der typische Prediger, ne? Also, ich verstehe nicht, warum er das jetzt zu dem Ausschnitt gesagt hat, aber ich glaube, er versteht es selber auch nicht ganz. Er wollte halt nur, weiß nicht, einen Talking Point abfeuern. Denn wir alle werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird uns richten, anhand unserer Taten. Niemand von uns kann bestehen. Ich kann dir objektiv sagen, So, in welcher Form war das jetzt ein Konter zu dem Ausschnitt, den er vorher gezeigt hat? Zu null Prozent. Er hat einen Ausschnitt gezeigt, er hat dann gesagt, er hat das alles aus dem Konix geschnitten und hat dann gesagt, yo, ich predige mal ein bisschen. Wow, Digga, danke dir. Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homos***** ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Das ist eine weirde Aufzählung, Torik. Das ist eine ganz, ganz weirde Aufzählung. Digga, wie ist das eskaliert? Also, wie, Digga? Wie das Ganze eskaliert, ist relativ simpel. Du hast meinen Clip aus dem Kontext genommen. Mein... Ist... Warte mal, warte, 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 warte. Ganz kurz. Ist seine gesamte Verteidigungstaktik sozusagen, dass er einfach sagt, alles ist aus dem Kontext genommen, obwohl er bisher alles wiederholt hat aus den Clips, die gezeigt wurden? Also, literally alles? Wow. Ist das alles, es passiert noch was anderes? Also, es wäre ja, es wäre ja eine Taktik, zu sagen es aus dem Kontext genommen, wenn du dann nicht nochmal wiederholst, was in dem Clip gesagt wurde. Aber okay, ey, cool. Nee, ich will ihm da gar nicht reinreden. Das ist, ähm, macht übel Sinn, was er macht. Der Clip war nämlich dieser, der Punkt... Also, ich hab den Clip aus dem Kontext genommen, wo ich abgespielt habe, dass er in eine Reihe stellt, ähm, Homosexualität, Pädophilie und Judentöten. Diese drei Sachen. Die drei Sachen hat er in eine Reihe gestellt und hab das dann kommentiert, dass das weird eskaliert ist. Und jetzt sagt er den Kontext, der gefehlt hat. Okay. Okay, sprich sofort, Alter Torik, aber ganz dünnes Eis gerade für dich, ne? Okay, Gefühle, also etwas, was man nicht objektiv irgendwie wirklich als Gesellschaft feststellen kann, sollte nicht, sollte nicht die Basis sein für die Wahrheit. Okay, weil, wenn man es nicht objektiv feststellen kann, kann man sich ja irren in seiner Wahrnehmung, in der subjektiven. Okay. Cooler Take-Torik. Hm. Geh damit mal wohin. So, dass Gefühle nicht vertrauenswürdig sind als Platz für Wahrheit. Deine Gefühle können sich täuschen. Manchmal fühlen sich Menschen danach, Menschen zu ermorden. Manchmal fühlen sich Menschen danach, mit Kindern zu schlafen. Ja, das ist messed up, da stimme ich zu. Aber Menschen haben Gefühle und nicht alle Gefühle sind vertrauenswürdig. Das heißt, was kann ich vertrauen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Kann ich dem Staat vertrauen? Ich meine, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert, Juden zu töten. War das richtig? Nein. Warum war das? Wir haben den Take-For-Sun. Deswegen, das Einzige, was man trauen kann, ist Gott. Das ist nicht richtig. Ich meine, es war ja legal damals. Das sind alles richtig wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und meine Antwort auf das Ganze ist, dein, dein... Die einzige Wahrheit, wissen wir nur von Gott. Das ist der Take. Der Standard für Wahrheit sollte nicht deine Gefühle sein. Dein Standard für Wahrheit sollte nicht der Staat sein, weil dieser kann sich auch täuschen. Sondern stattdessen... Dein Standard für Wahrheit sollte das Wort Gottes sein. Yes. Thorik. Ah. Digger. Du merkst so sehr, dass er wirklich nie gelernt hat, zu denken. Und das meine ich nicht, irgendwie, um auf ihn zu sch... Ich meine es wirklich ernst. Ich bin fasziniert davon, wie jemand, der... der... sein gesamtes ethisches Bild ausschließlich davon abhängig macht, was er für ein Gefühl hat, welche Religion die Wahrheit ist. Das ist es ja. Er hat das subjektive Empfinden, dass dieser Gott die Wahrheit ist und nicht der, 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 der oder der. Weil es beanspruchen ja, es gibt ja viele Götter und viele sagen, ich bin die Wahrheit. Und er sagt, nee, die sind alle nicht die Wahrheit, sondern diese. Der ist, der Gott ist die Wahrheit. Und woran macht er das fest? Letztlich einem subjektiven Gefühl. Kann er ja nicht messen. Gibt ja kein... kein Mathe-Paper darüber, welcher Gott jetzt die Wahrheit ist. So, ne? Und jemand, der sein Weltbild so aufbaut, sich dann so aus dem Fenster zu lehren, zu sagen, Gefühle, Digga, das kann doch nicht sein, dass du das benutzt, um Gut und Böse zu unterscheiden. Unfehlbar ist, was immer gleich bleibt. Er ist auch ein gerechter Gott. Was immer gleich bleibt? Das Wort Gottes ist doch nichts, was immer gleich bleibt. Es gibt auf der Welt unzählige Versionen von dem Wort des christlichen Gottes. Und noch viel unzähligere Versionen von den Worten von anderen Göttern. Ey. Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist das Wort des Gottes in der Version von im Kopf von Torek. Und Torek sagt, das, was ich für eine Version von Gott im Kopf hab, das, das ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit. Jeder andere Mensch auf der Welt, der was anderes denkt, der weiß einfach nicht die Wahrheit. Alter, traurig. Traurig. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen. Ganz kurz. Und war jetzt irgendwas aus dem Kontext gerissen? Torek. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kontext da gefehlt hat. Er muss Okay, warte, noch gibt's der neue Clip. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, sorry. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich hab gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Ja. Abgesehen davon, dass diese Aussage aus dem Kontext ist. Ey, ich hab mir fast gedacht, dass die auch wieder aus dem Kontext ist. Ich kann das nicht, Digga. Oh mein Gott. Ha. Ha. Hm. Okay, ey, es ist wieder aus dem Kontext gekriegt. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder grandios belegen, was er eigentlich meint. Nämlich genau das. Okay, hören wir mal zu. Ist es so, du und ich, wir beide werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird gucken, ob du eine gute oder eine schlechte Person warst. Ob du und zwar nicht irgendein christlicher Gott, sondern nur der aus Toreks Kopf. Himmel oder in die Hölle kommst. Das Problem dabei ist, dass keiner von uns ist gut. Hast du schon mal gelogen? Bestimmt. Wie nennst du jemanden, der lügt? Ein Lügner. Hast du schon mal gestohlen, auch wenn es nur etwas Kleines ist? Wenn ja, wie nennst du jemanden, der stiehlt einen Dieb? Achso, das ja. Mein Punkt in dem Video war nicht, dass du bist Stalin, du bist Hitler. Mein Punkt war nicht, dich in eine Reihe mit Hitler und Stalin zu setzen. Aber genau das habe ich halt gemacht. Ja, okay. Du und ich, wir sind schuldig, sie waren schuldig, wir alle brauchen einen Retter und sein Name ist Jesus Christus. Bitte dich. Ey. Ey, bevor wir, ganz kurz, bevor wir weitermachen, lass mal, ich habe hier so sechs Clips oder so aus dem neuen Video von ihm. Das sind nur, glaube ich, einzelne Schnipsel. Ob die auch so sind, nur um es zu verstehen. Lass nur die erste, lass nur den ersten Clip gucken. Ich habe sechs, sechs Ausschnitte. Wir gucken nur einen. Noch immer heiratet? Bums, nein, ihr kommt nicht in die Hölle. Du, oh, warte, da muss ich meinen Screen natürlich noch da packen. So. Die Bibel sagt, kein Lügner, kein Unzüchtiger, kein Dieb, kein Homos, kein Pädophiler, keiner, der mit Tieren schläft, also so viel, so viel ihr betreibt, kommt ins Königreich Gottes. Wenn du außerhalb der Ehe hast, das ist derselbe Talking Point, den wir gerade gehört haben. Wenn du lügst, wenn du stielst, wenn du die Gebote Gottes gebrochen hast, bist du direkt auf dem Weg in die Hölle. First Class Ticket. Und ich sage das nicht aus Hass. Nee, er sagt es, weil er liebt. ja, klar. Nee, okay, ich dachte mir einfach nur, vielleicht ist der Vibe anders, aber dann können wir auch das Video weitergucken, ne? Es ist halt genau dasselbe. Cool. First Class Ticket in die Hölle habt ihr alle, die gesündigt haben. Also, literally, ihr alle. Alle. Füll mich. Bombastischer. Füll mich. Füll mich. Also, für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Der Clip mit Füll mich ist so aus dem Kontext gezogen. Hätte ich mir fast gedacht, ich hätte mir fast gedacht, dass auch dieser Clip, auch dieser Clip aus dem Kontext gerissen ist. Hm. Ganz kurz, wenn er jetzt erklärt, dass es gar nicht so gemeint war, dass er gerne von Jesus gebankt werden möchte. Ich glaube, dann hat er den Joke nicht gegettet, ne? Wenn er das meint, mit es ist aus dem Kontext gerissen. Aber ich weiß ja nicht. Es ist heftig. 2022 habe ich gelivestreamt auf TikTok. Ich habe das Evangelium deklariert, die gute Nachricht, nicht die schlechte Nachricht. Und Leute wurden gefüllt mit der Kraft von Gottes. Leute wurden geheilt. Leute haben Feuer durch ihren Körper gefühlt. Haben Elektrizität durch ihren Körper gefühlt. 2023 Ey, das Ding ist, ich gönne ja allen Leuten, solche Experiences zu haben, ne? Aber nicht zu verstehen, dass es auch andere Begründungen auf der Welt gibt. Dass du in einem, ich sag mal, Ritual im weitesten Sinne, ähm, äh, Feuer durch deinen Körper fühlst und eine ganz krasse Erfahrung fühlst oder so. Das, ähm, das ist halt stupid. Weil wir halt wissen, dass du mit ganz verschiedenen Sachen solche Zustände erreichen kannst. Das ist ja deswegen auch etwas, was Leute gezielt erreichen. Und das im Christentum, aber auch in anderen Religionen, äh, auch in nicht religiöser, aber so spiritueller Sachen oder so. oder auch einfach ohne jegliche geistige Welt, ähm, kann das auch funktionieren. Also, du kannst das, du kannst das erreichen durch, durch deinen Geist alleine, ne? Du kannst durch, durch Meditation zum Beispiel einen Zustand erreichen, der total abgefahren ist, ähm, der total überirdisch wirkt. du kannst durch körperliche Techniken, bestimmte Atemtechniken, irgendwelche Dinge rufen, Kollektiverfahrungen, etc. Ich kenn mich damit jetzt auch nicht gut aus, aber ihr wisst ja genau, was ich meine. Ähm, du kannst auch mit Substanzen nachhelfen. Ich werd's keine nennen, aber fängt zum Beispiel mit LS an und hört mit D auf oder fängt mit DM an und hört mit T auf oder es gibt verschiedene Sachen, wo man so, wo Leute gezielt Techniken oder Substanzen einsetzen, um solche Sachen zu erreichen und das ist cool, das ist fein, das ist super, es ist super, wenn man, wenn man ein bisschen mehr in seinem Leben fühlt als nur das Weltliche. Das ist wunderbar, wenn das Leute mehr fühlen als das Weltliche. Ich glaub, das ist was ganz, 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 ganz Tolles. Es ist nur wack, wenn du sagst, ja, dass das Bild, was ich im Kopf habe, wie die Sachen sind, das ist die einzige Wahrheit, ihr alle kommt in die Hölle, weil ihr alle lebt nicht nach dem, was in meinem Kopf ist. Das ist halt echt, ach, einfach so unsympathisch und wack, ne? 21 hab ich auch gelivestreamt und Leute haben angefangen, dass die Augen nach hinten gerollt sind, Dämonen wurden aus Leuten ausgetrieben, Depression ist gegangen, Panik ist gegangen in Jesus Namen, Exxiety ist gegangen in Jesus Namen. Ja, ey, wenn er das sagt, ich würd ihm glauben, weil ich glaube, er hat noch nichts Falsches gesagt bisher. Leute wurden geheilt in Jesus mächtigen Namen und so will ich dir heute auch sagen, wenn du dieses Video guckst. Einer ist geflogen. Ich war dabei, also muss ich kurz sagen, ich war auch dabei, wo er das gemacht hat in dem Livestream und einer ist wirklich, der ist geflogen durch den Raum und da war einiges, da ist einiges passiert. Dass ich rede nicht von einem... Dann ist Lilnas Ex gekommen, weil er ist der Dämon, er ist der Hyper-Gay, er ist so Hardcore-Gay, also ein richtig krasser Dämon und dann hat er ihn besiegt, also die haben gekämpft mit Lichtschwertern. Ich hab das gesehen, ich hab wirklich, das war so krass, glaubt es mir doch, glaubt es mir, am Predigen, ne? Also hat es einen weiteren Sinn, außer er wiederholt halt Predigt-Talking-Points, die er wahrscheinlich schon hunderte Male runtergerattert hat. Er will die Depression nehmen, er will die Exide nehmen, er will die Homosexualität nehmen. Nein, mach's doch nicht mit der Methodik! Mach's doch nicht mit der Methodik! Der Satz geht so cool los, ne? So, hey, ich glaub an den Gott, der will dir so so Sachen aus deinem Leben nehmen, die voll, die du gar nicht haben willst, die total schlecht sind, wo sie alle einig sind, dass es cooler wär, wenn man die nicht hat, ne? Sowas wie Depression, wo alle sagen, ey, es wär schon cooler, wenn man die nicht hat, so, ne? Das will der dir nehmen, das ist voll der coole Typ, dieser Gott, das ist ein ganz nicer Typ, so, wow, Torek, voll schön, den Gott, den du beschreibst, ist ja voll der coole Typ. Ja, und das, was der dir auch nehmen will, ist halt, deine S***er-Tippe. Warum? Weil's die falsche ist. Warum hat er die mir gegeben? Der hat die dir nicht gegeben. Du hast irgendwas gemacht, das du dir hast. Hey, was hab ich denn gemacht, Digga? Ja, aber du kommst auf jeden Fall in die Hölle, wenn du dich nicht loswirst. Digga, mach doch nicht so ne Sch***er-Tippe. Es ging so gut los, es ging so schön los, dass da so ein Dude ist und der nimmt dir deine Depression, der nimmt dir deine Ex- Superschön. Bleib doch da. Das reicht doch. Reicht das nicht für ne Religion? Das ist doch der schöne Part an der Religion. Behalt den doch. Behalt doch den, mach weiter und alles ist gut. Jesus mächtig im Namen. Das gesagt bedeutet, dass das Jesus... Ich betone noch mal, hier nicht, nicht auf den christlichen Gott. Das, was Torik beschreibt, ist nicht der christliche Gott. Die aller, 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 allermeisten Christen glauben an einen anderen Gott. Es gibt nicht den einen christlichen Gott. Es gibt auch nicht den einen den einen Gott im Islam. Es gibt in keiner Welt in keiner Welt Religion eine Version von Gott, sondern unzählige Versionen von Gott. Und manche davon sind immer wack, immer menschenverachtend, und damit auch verachtenswert. Manche davon sind super cool und super nice. Deswegen, hier ist nichts ein grundsätzliches Urteil über irgendeine Religion. Christentum ist cool. ...diese Menschen nicht liebt. Nein, das heißt es nicht. Wenn du Part von der LGBT-Community bist, will ich dir heute sagen, von Angesicht zu Angesicht, beziehungsweise Bildschirm, ne, will ich dir sagen, dass Jesus liebt dich. Ja, und deswegen will er, dass du halt nicht so bist, wie du bist, weil das ist nicht so geil. Sonst kommst du in die Hölle und wirst bestraft. Cooles Weltbild, Digga. Gott liebt dich, er will dir ein neues Herz geben mit neuen Verlangen. Wir alle müssen umkämpfen von unserer Schuld und auf Jesus Christus vertrauen als Herrn und Retter und durch die Kraft des Heiligen Geistes transformieren. Oh Mann, Alter, das ist alles so stupid. ...werden. Du hast recht, du kannst dich selbst nicht verändern. Das stimmt, aber Jesus kann dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Dass du halt nicht mehr diesen ekelhaften Gay machst, ne. Das ist echt wack. Ich betone noch mal, die meisten Christen sind nicht so. Unter dem Video, unter dem Video von mir, um das es geht, haben so viele Christen drunter geschrieben, dass sie dankbar für das Video sind, dass sie super wack finden, dass es vereinzelt so Hardcore-Christen gibt, die einfach Menschen verachten, reden so und das Christentum anders ist. die meisten Christen sind nicht so. Wirklich. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass das rüberkommt. Ihr wisst, ich komme aus dem christlichen Background so, deswegen, ich habe Christentum als etwas sehr Positives wahrgenommen. Aber, lass uns doch noch mal eine kurze Unterbrechung machen und ein, zwei Clips aus dem anderen Video noch mal gucken. Einfach damit, wir ein bisschen die Abwechslung hier drin haben. Ich habe noch fünf Clips aus diesem Video. Diese Gesellschaft vertauscht... Und die Namen der Clips sind teilweise schon weird, deswegen, ich tue mich mal wieder nach oben. Wir hören mal hier wieder rein. Los geht's. Ab und Gefühle und nur weil du etwas fühlst, heißt es nicht, dass es richtig ist. Diese Gesellschaft vertauscht nämlich Liebe auch mit Lust. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche und ich glaube, dass das oft der Fall bei Humor ist. Beziehungsweise ich glaube, dass das der Fall bei Humor ist. Und wie doch so oft, wie doch so oft, wenn du einen queerfeindlichen Dude einfach ein bisschen reden lässt, es sind immer dieselben Points. Es sind immer dieselben Sachen, die sich da entfalten, die du da rausholst. Es ist einfach, es sind einfach die verinnerlichten Weltbilder, dass diese Gruppe eigentlich nicht so lieben kann wie unsere Gruppe. Unsere Gruppe kann das viel besser als diese Gruppe. Das weiß ich gar nicht, warum das so ist, aber das habe ich von Kind auf, habe ich das so gelernt. Deswegen muss es ja so sein. Es ist so traurig. Torik tut mir wirklich leid. Weil der, ich habe keine Ahnung von der Biografie, von Torik, aber ich wäre verwundert, wenn er nicht schon von Kind auf mit Queerfeindlichkeit sozusagen groß geworden wäre. Das würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Ich gehe, ich würde darauf wetten, dass auch, wenn man sich, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie er aufgewachsen ist, ob er bei seinen Eltern aufgewachsen ist, ist mir auch völlig egal, aber das Umfeld, wie er aufgewachsen ist, ich bin mir relativ sicher, dass er das da relativ, relativ stark bekommen hat. Also ich will jetzt nicht das Wort indoktrinieren, ja doch, kann man eigentlich an dem Punkt so sagen, weil jemand, wenn jemand so brainwashed ist wie er, das ist einfach nur traurig, Digga. Einfach nur traurig. Okay. Ich will ihn hier jetzt auch gar nicht weiter reden hören, ich höre mal den nächsten Clip an. Gerade habe ich schon gesagt, ihr könnt, ihr habt einen freien Willen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich werde nie sagen, dass es normal ist. Fertig. Und dann, dann will ich, dass ihr meine Meinung respektiert. Ja, Klassiker. Meinungsfreiheit, wir haben doch religiöse Freiheit. Oh mein Gott, Digga, wieder diese Snowflake. Leute, die intolerant sind, kriegen Gegenwind und sagen dann, akzeptiert doch, dass ich intolerant bin, akzeptiert das doch, wir haben doch die Freiheit, dass ich intolerant sein kann. Klassiker. Egal was, egal ob du mit jemandem sprichst, der racist ist, egal ob du mit jemandem sprichst, der queerfeindlich ist, egal was, wenn jemand so in der Öffentlichkeit spricht, dann Gegenwind bekommt, dann kommt so häufig dieser Take von, Entschuldigung, aber ich dachte, man muss alles akzeptieren, was ich sage. Nein, nein. Nein, nein. Torek, das ist nicht so. Es gehört nicht zu deiner Religionsfreiheit, dass du einfach gegen Leute shooten kannst, menschenverachte Sachen gegen Leute sagen kannst und dann einfach nichts passiert und jeder sagt, ach Mensch, wenn das so eine Religion ist, dann ist das doch gut. Solange du in deinen vier Wänden deine Religion ausübst, da darf dir niemand auf den Sack gehen. Darf dir niemand auf den Sack gehen. Aber an dem Punkt, wo du dich auf den Marktplatz stellst und rufst, diese Gruppe, die sind nicht normal, die können nicht richtig lieben, ich glaube, die können das gar nicht. Dann rufen ein paar zurück, halt dein Maul. Natürlich. Das hat nichts mit religiöser Freiheit zu tun. That's life. Gucken wir das weiter, da lache ich wieder. Wirklich, das nervt mich so hardcore. Mir ist es so egal, wie Leute ihre Religion, ihre Spiritualität oder eben all das nicht ausleben. Das ist liberalen Menschen doch völlig, völlig egal. An dem Punkt, wo es halt Leute nachvollziehbar betrifft, in einem negativen Sinne, wo wir uns als Gesellschaft darauf einigen können, das ist nicht so geil, dass es Leute gerade so betrifft, kriegst du vielleicht diesen Gegenwind. Das ist doch klar. Du kannst zu Hause machen, was du willst. Du kannst zu Hause dir, weiß ich nicht, einen Haufen auf den Teppich machen, wenn du möchtest. Aber wenn es im Hausflur stinkt, dann ist die Grenze. Wenn es mich betrifft, dann ist die Grenze. Wenn es deine Nachbarn betrifft, wenn es deine Mitmenschen betrifft, dann ist die Grenze. Hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. That's a hard pass. Okay. Wir gehen wieder rein. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Real-Talk-Video wird hier. Ich bin am Anfang mit so einer funny, normalen Reaction-Vibe hier reingekommen, ein bisschen Ironie, dies, das, bla, bla. Sorry, dass ich manchmal hier so ein bisschen am Ranten bin. Aber ich kann das nicht an mir vorbeiziehen lassen und nur zwei ironische Sprüche machen. Jetzt geht es wieder um einen Clip aus meinem Video. Es geht um Sachen, die dämonisch sind. Ja. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe. Klassiker. Aber auch Horoskope und Sternzeichen. Auch eine Manifestation von deinem höheren Ich. Keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Ich dachte, es wäre auch noch gut, ganz kurz hier drauf einzugehen, dass ja, du kannst... Ey, aber wirklich, kann ich nochmal kurz ein Zwischenresümee zielen. Ich muss mich entschuldigen bei Torik. Ich muss mich entschuldigen bei Torik, glaube ich, weil ich habe ihn völlig, wie ihr merkt, aus dem Kontext gerissen. In meinem Video, in den Clips, die ich in meinem Video gezeigt habe, hätte man den Eindruck bekommen können, dass Torik latent queerfeindlich ist. Und Torik hat völlig recht. Der Kontext hat gefehlt. Torik ist hardcore queerfeindlich und noch viel mehr. Einfach das und noch schlimmer. Er hat ein Video gemacht, um zu belegen, dass er gar nicht so ist, wie in meinem Video, sondern noch viel schlimmer. Das ist sein Video. Dass er sagt, ey, Leute, ganz kurz, hallo, hallo, das stimmt gar nicht. So bin ich eigentlich gar nicht. Ich komme da falsch rüber. Ich bin eigentlich viel schlimmer. Wow, Torik, wow. Clap. Torik. Und durch Hohoskope und sogar durch Before Merit. Torik. Warum ganz simpel? Hey, weird, dass er mich da so nochmal reingeklippt hat. Yoga bedeutet verbinden. Du verbindest dich durch diese Posen, welche an Gottheiten gerichtet sind, aus dieser speziellen religiösen Richtung, genau, über die geistliche Welt, wodurch du auch unreine Geister bekommen kannst. Es gibt sogar etwas, das nennt sich Kundalini Awakening, was in Verbindung mit Yoga gebracht wird. Hey, ohne Scheiß, das ist so unangenehm. Imagine jemand kommt an und sagt, ey, ich habe eine neue Religion, da hat ein Wesen zu mir gesprochen, das ist eigentlich die Wahrheit und das Wesen hat zu mir gesagt, alles, was der Torik macht, ist nicht okay. Alles, was alle anderen Weltreligionen machen, ist nicht okay. Das ist alles sündhaft, das ist alles unnormal. Das steht hier alles in einem Buch, das habe ich gestern gefunden. Dann wäre das genauso gut begründet, wie das, was der Torik sagt. Das wäre in dieser Realität genauso gut begründet. Ich komme halt an und behaupte das. Natürlich würde ich da mit Leuten auf den Sack gehen, wenn ich sowas behaupten würde. Natürlich würde ich da mit Leuten auf den Sack gehen, wenn ich einfach so in die Welt reinkomme und sage, ey, Leute, übrigens, alles, was ihr macht da, das ist so kacke, ihr checkt es nur nicht. Ihr müsst mal das machen, was ich mache. Sonst werden ihr so hardcore bestraft. Ihr seid so stupid. Ey. Kann Gott so einblenden, äh, einblenden, wie das aussieht. Guck, guck, die können auch so Trance-Sachen machen. Ganz ohne Gott. Das funktioniert halt. Mit Gott und ohne Gott. Das funktioniert. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Ah, ja, okay, dann ist, ja, okay. Wenn das passiert bei einem Exorzismus oder so, dann ist es gut. Dann ist der unreine Geist weggegangen. Aber wenn du das machst, ohne irgendwie Exorzismus-Background, dann ist es, ähm, ist es leider illegal. Ist leider nicht okay. Chat schreibt, es ist illegal. Ey. Warte, ich geh nochmal zehn Sekunden nach hinten, um nochmal hier ins Thema reinzukommen. Etwas, so nennt sich Kundalini-Awakening, was in Verbindung mit Yoga gebracht wird. Ich kann kurz einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Ey, dieses Video überrascht mich alle zwei Minuten. Es gibt immer wieder einen Plot-Twist. Jetzt sagt er, Horoskope sind ein Weg in die geistliche Welt, aber ein illegaler Welt. Ein illegaler Weg. So. Das hat er doch gesagt. Einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Aber das bedeutet ja, das ist, also, das bedeutet ja, dass er an Arten wie Hexerei, wie andere Wege, die alternativen Wege, um so Sachen zu machen, glauben muss. Hä? Ist das Part vom Christentum? Ist das im im Universe von Christentum drin, dass du sagst, ja, Harry Potter ist eigentlich vereinbar mit Christentum? Ist nur halt illegal, was der macht? Aber klar, geht, safe. Ist das so? Ist das so? Digga, ich hab das von meinen Eltern, beide meine Eltern Pfarrer, ne? Weder meine Mutter noch mein Vater hat mir jemals, hat mir jemals das gebraked, dass das Canon ist. Das ist ja dann, heißt doch so, ne? Wenn das sozusagen von einem Franchise, jetzt in dem Fall Christentum, sozusagen in dem, in Canon ist, dass es in dem Universum nach den Regeln des Universums sozusagen okay ist. Sagt man doch, oder? Und das wusste ich nicht, dass das laut, also in seinem Ding ist es Canon. Cool. Warum ist der illegal? Ganz simpel. Es gibt zwei Wege, wie du in die geistliche Welt kommen kannst. Einen legalen Weg, einen illegalen Weg. Der illegale Weg ist durch Zauberei, durch das Okkult, etc. Der legalen Weg... Hä? Mein Vater hat mir nie gesagt, dass das Teil von Christentum ist. Dass man zaubern kann. Das war dann nicht dabei. Ohne... Ich glaube, hätte ich das gewusst, wäre ich länger dabei geblieben. Das macht doch alles spannender. Also das ganze Welt, also das wird doch viel, viel schichtiger dadurch. In meinem Konfi-Unterricht kam keine Hexerei vor. Kam keine, auch keine Warnung vor Hexerei vor. Das war einfach nicht ein Ding. Der Weg ist durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, den du bekommst, wenn du umkehrst voneinander schuld und auf Jesus vertraust als dein Herrn Retter. Also alle letzten ist einfach noch kurz Sex bevor... Dein Vater ist ja auch ein Muggel. Ey, das kann gut sein. Ja, meine Eltern wussten das einfach nicht. Die haben einfach... Vielleicht haben die die Bibel nicht gut genug gelesen. Den Part mit den Zauberern haben die einfach übersprungen oder so. Verstehe ich. Die haben einfach geskippt. im Theologiestudium. Mein Vater hat auch promoviert in Theologie halt, aber ich glaube, der hat auch da geskippt. Die kennen sich eigentlich nicht aus, ne? Ja, die kennen sich nicht aus. Gehabt hier. Schade. Wenn du Sex bevor... Ich soll ihn mal zu Toreg schicken. Der kennt sich bei Lohm. ...vor Marit hast, also Sex bevor der Ehe hast, dann ist es so, dass du eins wirst mit dieser Person. Das ist auch, was die Bibel sagt. Das ist nicht nur ein physischer Akt, sondern du wirst tatsächlich eins mit der Person, auch seelisch, auch geistlich. Deswegen tut es auch immer so ultra weh, dass du immer mit jemandem geschlafen hast und dann auseinander geht. Hey, Rezo, du alter Zerstörer. Ich gette ja den Point, dass mit jemandem zu schlafen nicht nur ein physischer Akt ist. Natürlich ist das mehr als ein rein physischer Akt. Da ist ein Mensch, du hast einen Vibe mit dem Menschen, man spricht miteinander, man kommuniziert, man lässt sich aufeinander ein. Da ist viel mehr Ebenen als rein was, was ein etwas Mechanisches. Das ist völlig klar, wird niemand widersprechen. Aber zu sagen, da wird man eins und deswegen tut es weh, wenn man mit jemandem geschlafen hat, mit dem man nicht verheiratet war oder so. Ah, Mann, warum macht das immer so wack? Jesus hat gerade gespendet. Jesus hat gespendet und geschrieben, ich distanziere mich von Torik und lese noch eine Runde Harry Potter. Ey, ich kann das nicht, ich kann nicht überprüfen, ob das wirklich Jesus war, der das geschrieben hat. Kann sein Ja, kann sein Nein. Aber genauso wenig kann ich alles überprüfen, was Torik sagt. Insofern ist es gleich viel wert. ...national, weil dort mehr passiert, als nur ein physischer Akt. Und Dämonen befinden sich in der Seele. Das heißt, wenn deine Seele in Eins wäre, dann kannst du ja selbst denken, was passiert. Obwohl, die Mentoren sind doch auch eine Form von Dämonen, aber die sind doch nicht in der Seele, sondern sind so außerhalb, oder nicht? Ich muss da mal, ich würde gern mal so ein, so ein, dass ich einmal checke, was ist jetzt alles in Canon und was nicht. Dämonen von der einen Person können in die andere Person reinkommen. Was? Warte mal. Beim Geschlechtsverkehr? Auch schon beim Küssen? ...in der Seele. Das heißt, wenn deine Seele in Eins wäre, dann kannst du ja selbst denken, was passiert. Aber Küssen geht. Wo ist die Grenze? Also wenn ich jetzt, also er hat gesagt, wenn ich mit jemandem schlafe, also wirklich Geschlechtsverkehr habe, dann, und da ist ein schlechter Geist in der Person drin, dann geht der Geist vielleicht in mich auch über. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Kondom jetzt irgendwie verhindern kann oder so, aber sagen wir mal, man kann es mit dem Kondom nicht verhindern, geht der Geist in mich über. Aber wenn das so ist, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das also wie weit kann man denn gehen, damit noch kein Geist übergeht? Also kann man, also Küssen ist ja, also auf die Wange küssen geht doch safe noch. Mundküssen denke ich jetzt auch. Bei Zunge würde ich halt jetzt mal um Rat fragen. So wie ist es mit, wenn man mit Zunge küsst? Keine Ahnung. Und ich meine, es gibt ja auch andere Arten, sich gegenseitig, ich sag mal zu befriedigen, außer den reinen Akt. So, das kann man ja auch mit anderen Teilen des Körpers sozusagen zum Ziel bringen. Ihr versteht, was ich meine. Sind die erlaubt? Das würde mich interessieren. Einfach das Regelwerk. Ich glaube, das Regelwerk würde mich am meisten interessieren bei Torik. Dämonen von der einen Person können in die andere Person reinkommen. So ist es beispielsweise so, dass oft finden sich Mädchen immer wieder in toxischen Beziehungen wieder. Sie denken sich, warum? Ich betone nochmal, das habe ich jetzt schon zweimal betont in dieser Reaction. Ich betone es nochmal für die Leute, die vielleicht in der Zwischenzeit reingekommen sind. Niemand hier auf den christlichen Gott, niemand hier auf das Christentum. Zum Glück ist das Christentum nicht so wie Torik zum Glück und zum Glück ist der christliche Gott nicht so wie Torik ihn beschreibt. Zum Glück. Christliche Gott ist aus meiner Sicht viel cooler und deswegen ganz kurz Hot Take ich respektiere den christlichen Gott um tausendfach mehr als Torik es tut. Denn Torik beschreibt den christlichen Gott als verachtenswerten Du, der super cool ist und ich beschreibe den christlichen Gott als viel cooler. Jetzt sagt er ja Leute, Frauen, die immer wieder an toxischen Freund geraten, die tun das halt weil unreine Geister. Das ist generell, das zieht sich so ein bisschen durch, dass man halt merkt, Torik hat nicht die Fähigkeit wie soll ich es ausdrücken? Es ist kognitiv anstrengend, wenn die Welt komplex ist. Es ist kognitiv anstrengend, wenn die Welt Graustufen hat. Wenn es manchmal nicht ein klares Ja, ein klares Nein, ein klares Richtig, ein klares Falsch gibt. Die Welt ist anstrengend, wenn es eine Ambiguitätstoleranz gibt und deswegen braucht man eine Ambiguitätstoleranz. Ich liebe es, dass ihr das Wort schon geschrieben habt, bevor ich es gesagt habe. Ich liebe euch so sehr, Chad. Und das hat er nicht. Das ist, es ist eine Anstrengung, das auszuhalten. Und du musst das nicht aushalten, wenn du auf alles eine Antwort hast. Wenn du einfach sagst, alles im Leben, da ist die Antwort genau hier und nur so und es gibt nichts anderes. Fertig. Du musst dich kognitiv nicht mehr anstrengen, irgendwas abzuwägen, irgendwie Perspektiven dir anzuhören, irgendwie eine Mitte zu finden. Nein, du bist fertig. Für immer. Wie schön. Das ist doch klasse. Und ich glaube, ganz, ganz viel, ich glaube nicht, dass Torik dumm ist. Ich glaube, dass es einfach nur nie gelernt hat. Wenn du aufwächst in einem Kontext, das ist jetzt meine Unterstellung, mein Guess, das ist mein Guess, dass er aufgewachsen ist in einem Kontext, wo er eben das auszuhalten, dieses Spannungsfeld auszuhalten von die Welt ist komplex. Leute haben unterschiedliche Weltbilder, man weiß nicht, welches richtig ist manchmal. Man muss es rausfinden, das ist anstrengend, etc. Das auszuhalten, hat er halt nicht geübt. Und wenn du das nicht übst und du hast diese eine Lösung, die dir einfach ein gutes Gefühl gibt und du bist sogar einer von den Guten, wie geil ist das denn? Ja, dann gehst du diesen Weg. Dann ist es so. Und du hast einen Geist der Lust oder du hast einen unreinen Geist in dir, der sich dazu angezogen führt, zu genau diesem Geist. Deswegen ist es von einer Beziehung in die nächste immer eigentlich der gleiche Typ, obwohl es nicht der gleiche Typ ist, weil es der Geist in der Person ist. So habe ich herausgefunden, seitdem ich viel Befreiungsdienst mache an Menschen. Befreiungsdienst ist Exorzismus, ne? Also nur um das nochmal klar zu benennen, ich glaube, das, was er als Befreiungsdienst bezeichnet, ist Exorzismus. Dass viele Sachen, die wir als Charaktereigenschaften beschreiben, keine Charaktereigenschaften sind, sondern unreine Geister. Und du kannst davon frei werden, in Jesus' Namen. Rezo, das hier geht an dich. Wäre dann mal interessant, ob er auf OF trotzdem Accounts lurkt. Es gibt, ich unterstelle jetzt niemandem irgendwas, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es eine Korrelation gibt zwischen Männern, die schwulenfeindlich sind und Männern, die schwul sind. Also es gibt eine Korrelation zwischen diesen beiden Gruppen. Du hast ja gesagt, dass deine Eltern Pfarrer waren, richtig? Ihr wisst so, Ja, ich habe gesagt, dass meine Eltern Pfarrer waren. Ich habe gesagt, dass deine Eltern Pfarrer waren, richtig? Ihr wisst so, meine Eltern Pfarrer, Opa Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel Pfarrer. Ja, absolute Pfarrersippe in meinem Leben. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ja, oh, wie... Amen. Ja, good guess. Ich glaube... Wie hat der das... Wie hat der das... Also ohne... Wie ist der da drauf gekommen? Wie ist der da drauf gekommen? Ich habe das nicht gesagt. Wie ist der da drauf gekommen? Nee, nee, ist gut. Nee. Krass. Nee, ich finde es super cool. Ich weiß nicht, wer ihm da geholfen hat, aber es ist krass, dass er das irgendwie so gemerkt hat. Eltern, Pfarrer, Opa Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ich glaube, du hast nie eine Erfahrung gehabt mit der Kraft des Heiligen Geistes, welche auch dich liebt. Oh doch, Digger Torik. Oh doch. Wieso Jesus liebt... Aber halt nicht mit deinem Gott, ne? Sondern mit dem coolen Gott, ne? Ich liebe dich. Dieses Video... Das ist ein großer Unterschied. Ich will dir sagen, dass Gott liebt sich. Er will Beziehung mit dir, aber du musst dafür von deinen Sünden... Das ist halt der Riesenunterschied. Das ist der Riesenunterschied. Ich habe durch meinen Kontext, durch meinen familiären Kontext so, 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 so viele positive Seiten vom christlichen Glauben kennengelernt. So viele positive Seiten davon. So viele. Und die haben alle nichts zu tun mit so einem wacken Gott, den er erzählt. Nix. ...umkehren und auf Jesus vertrauen als dein Herrn und Retter. Und genau weil du auch in Religion groß geworden bist, hast du zum Teil den Christen nun falsch dargestellt. Ne. Ne, Torik. Und das ist jetzt, das ist jetzt das, was man kognitiv aushalten muss. Dass es nicht das eine, die eine Version vom Christentum gibt, sondern ganz, ganz viele. Und alle beanspruchen für sich, die Wahrheit zu sein. Und wie du das auflöst. Das ist halt schwierig, ne? Es ist eine Liebesbeziehung, wie ich bereits gesagt habe, mit Jesus. Wie ich das auflöse, ist, dass ich sage, ey, letztlich weiß niemand, welche Version von welcher Religion oder auch nicht richtig ist. Weiß niemand. Weiß auch kein Torik. Torik sagt, er weiß es. Aber er weiß es nicht. Und ich löse es so auf, indem ich sage, ey, deswegen ist es doch fein, dass ganz viele Leute völlig unterschiedliche Sachen glauben, verschiedene spirituelle oder religiöse oder eben nicht Weltbilder haben. Und das ist so fein, solange sie das für sich auf sich beziehen und nicht gegen Leute agieren. Solange ist alles fein. Jesus Christus, der dir ein neues Herz mit einem neuen langen geben wird, einem besseren Weg, weil unser Weg funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way, it is Yahweh. Wir können aufhören, Wortwitze zu machen. Wir können aufhören, 2024 brauchen wir. Niemand von uns muss jemals mehr einen Wortwitz machen in diesem Jahr. Bitte. Wir haben Anfang des Jahres jetzt schon den besten Wortwitz des Jahres geschafft. It's not my way, it's Yahweh. Es ist fertig, es ist done. Es ist einfach abgeschlossen. Die Challenge, Wortwitze zu machen, ist abgeschlossen. Deutschrap braucht nichts mehr rausbringen bis 2025. Fertig. Das hat Torik gemacht. Dein Weg. Jesus Christus, der dir ein neues Herz mit einem neuen verlangen geben wird, einem besseren Weg, weil unser Weg funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way, it is Yahweh. Es ist... Nee, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, finde ich super. Nee, finde ich super. Ey, kurz, wir haben noch, wir haben vier Clips noch, drei Clips. Wir haben drei Clips noch. Lass uns noch die drei Clips aus dem neuesten Video angucken. Bevor wir das Ende von dem, von dem anderen Video dann sehen. Nur um euch zu sagen, wie die Namen dieser Clips teilweise hier sind. Dieser Clip heißt einfach Freud satanisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich bin gespannt. Und wir haben Gott ersetzt für Wissenschaft. Wir haben Gott ersetzt für Psychologie, die Teilwahrheit hat. Ich hatte drei Jahre lang Psychologie in der Schule. Ich habe normal Abitur gemacht. Ich soll nicht... Nee, das zu entpacken, was er gerade gesagt hat, wird zu lange dauern. Für die Leute, die das hier sehen. Ich weiß, was ein empirischer Test ist. Ich wurde drüber aufgeklärt. Und ich sage euch eine Sache. Das Psychologie hat Teilwahrheit, aber ist dämonisch. Ich glaube, er bezeichnet Psychologie als Teilwahrheit und dämonisch, weil Psychologie halt ein bisschen dem widerspricht, was sein Weltbild ist. Also du kannst ja nicht sagen, ey, wir haben hier rausgefunden, das, was Leute früher als damit sich erklärt haben, dass Leute irgendwie unreine Geister haben, das können wir mittlerweile viel besser begründen und wissen wirklich, warum das so ist. Nämlich aus dem und dem und dem und dem Grund. Und wir können Leute darin ausbilden, dass sie das heilen können, dass sie dazu beitragen können, dass es diesen Leuten besser geht. Das ist natürlich kacke für Torik. Das ist natürlich irgendwie... Okay, wie mache ich das jetzt? Könnte ich... Ich könnte in meinem Weltbild irgendwie gucken, wie passe ich mein Weltbild an, an dem, was hier in der Realität sichtbar ist. Nein! Oder ich passe die Realität meinem Weltbild an. That's the way von Torik, Digga. Freud! Freud ist eingetragen! Sigmund Freud ist eingetragen bei der satanistischen Webseite. Ich kann das nicht! Ich kann das... Nee, ich kann das nicht! Nee! 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 First of all, ich glaub als... Nee, warte, ich zieh kurz... Nee, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Alles, was ich sagen möchte, ist... Ey! Voll der gute Punkt! Ich glaub nur, als Siegmund Freud am Start war, ich sag mal so, ich glaub, da gab's diese Webseite noch nicht. Hab ich jetzt behauptet? Hab ich jetzt behauptet? Ich weiß nicht, wie lang Freud gelebt hat, aber nicht so lang, ne? Woher hatte er wohl seine Offenbarungen? Ich... Okay, der... Warte gar nicht... Nee. Oh mein Gott, das ist wirklich torig zu entblättern. Einfach so wirklich nicht das Oberflächliche zu sehen, das, was er direkt Leuten zeigt, wenn er mit denen redet, sondern solche Sachen sind ja mega faszinierend. Also, Sigmund Freud, der in der Psychologie von vielen Leuten hoch angesehen wird, keine Ahnung. Bin jetzt nicht der Typ, das zu entscheiden. Der war satanisch und hat das von Satan, irgendwelche Sachen und hat deswegen Leute fehlleiten wollen mit satanischen Gedanken. Das war das, was Sigmund Freud gesagt hat. Und der Beweis, den wir haben, ist, weil er auf einer Website draufsteht? Digga, ich kann das alles nicht mehr. Es tut langsam weh. Also, dieses Video ist jetzt, nur um den Kontext zu geben, um die Quelle hier anzugeben. Dieses Video heißt Timjacken widerlegt, Torig reagiert, Gottes Liebe ist für alle da von Torig Daily Revival. Und das andere Video, ihr habt ja den Titel gesehen. Wisst ihr, dass er Leute hypnotisiert hat und dadurch geheilt hat scheinbar? Na ja, Torig, ganz dünnes Eis an der Stelle, ne? Mh, aah, nee, ist ganz dünnes Eis, wenn du das so sagst, ne? Torig. Ah, nee. Ey, wirklich, du kannst einen Satz abspielen und musst dich erstmal erholen von diesem Satz. Dann verarbeitet man das so, macht wieder Play, er sagt einen zweiten Satz und du musst dich wieder erholen von dem zweiten Satz. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Okay, warte, nur um es abzuhaken, weil ich kann das langsam nicht mehr. Noch zwei Clips haben wir aus dem Video. Zwei Clips. Dann gucken wir das andere Video zu Ende. Das heißt, komme nicht mit einem Sissi, Gummibärchen, Burger King, McDonalds, liberalen Christentum. Progressive Christen sind keine neu geborenen Christen. Ah, Sissi, Burger King, McDonalds Christen sind für ihn so Christen wie meine Eltern. Glaube ich. Sissi, Burger King, McDonalds Christen ist eine weirde Art, das zu sagen, ne? Sissi, Burger King, McDonalds Christen, das sind die progressiven Christen, das sind ja keine richtigen Christen. Ah, wirklich, wenn Torik, oh mein Gott, Alter, ein Teil von mir möchte Torik so adoptieren, weil das Ding ist, wenn du, wenn du einen Hund, ich vergleiche jetzt nicht Torik, doch, ich vergleiche kurz Torik mit einem Hund, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass er ein Hund ist, das jetzt nicht. Aber wenn du jetzt einen Hund aus schlechten Verhältnissen adoptierst und der ist, der Hund ist schon irgendwie sieben, acht Jahre alt oder so, dann kannst du ja denken, okay, das ist schwierig, dem jetzt noch Sachen beizubringen, weil der hat das bis dahin gelernt, so, ne? Das ist schwierig, dem noch irgendwas beizubringen, so. Aber es ist möglich. Und ich glaube, wenn ich Torik adoptieren würde, ich glaube, wir würden Fortschritte machen. Ich glaube, ich glaube, es wäre ein langer Weg, es wäre ein sehr, sehr langer Weg, aber dass er merkt so, okay, dass man ihm erst mal so die Fallacies, grundsätzlich die Fallacies beibringt, dass er ihm grundsätzlich mal beibringt, wie funktioniert ein logisches Denken, wie funktioniert eine Argumentationskette an der Stelle jetzt, was er gerade gesagt hat, was ist zum Beispiel eine No-True-Scotsman-Fallacy, weil das war exakt das, was er gerade getan hat. Aber ey, es würde helfen. Punkt. Wenn ihr glaubt, dass dieser Lifestyle von Sünde vereinbar ist mit dem Christentum, dann seid ihr hinter das Licht geführt und nicht neu geboren und ich fordere euch, auf Buße zu tun. Ja, aber Digga, was, cool, okay, er fordert uns auf, Buße zu tun. Machen wir weiter. Okay, dann mache ich das anderen Clip, warte. Okay, ich habe einen Clip, dann können wir das andere Video fertig gucken. Nee, Digga, er macht es nicht besser, ne? Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Das ist alles jetzt das selbe Video. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit stehe ich ihm zu. Wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und ihr auch Bock auf euch habt und ihr seid ein Typ, gauf heut. So eklig. Straight up, wenn ich das so sage. Straight up. Straight up. Weiß nicht, ob ich das reinschneiden kann wegen YouTube, ne? Aber straight up. Guck mal, wenn du... Also, er hat es ja jetzt reingeschrieben, reingeschnitten trotz YouTube. TJ sagt, Leute haben Freiheit. Wenn du Lust hast auf einen Dude und der Dude hat auch Lust auf dich, dann macht halt. Crazy, crazy Standpunkt von TJ an der Stelle. Abgefahren. Abgefahren. Total krasser Standpunkt. Und das erste, was Torik dazu sagt, ist, ekelhaft. Ekelhaft oder ekelig? Was war es genau? Straight up, wenn ich das so sage. Wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und ihr auch Bock auf euch habt und ihr seid ein Typ, go for it. So eklig. So eklig. Wenn ihr aus freien Stücken Lust habt, mit einem Dude zu schlafen, der hat auch Lust, mit euch zu schlafen, dann go for it. Eklig. Das ist eklig. Straight up. Wenn ich das so sage. Straight up. Straight up. Weiß nicht, ob ich das reinschneiden kann wegen YouTube, ne? Ja, ist jetzt zu spät. Aber straight up. Guck mal, wenn du mit einem Typen schläfst, dann erklär mir, warum das so ekelhaft ist. Dann hast du deinen P*** und das platzierst in den Hintern des Mannes. Du musst queerfeindliche Leute nur lang genug reden lassen und es ist immer, immer derselbe Kern. Das ist, es ist exakt das, ne? Es ist, wir kennen, wir kennen den Talk. Wir kennen den Talk. Wir alle kennen genau Leute, die diesen Talk halten. Und manchmal halten sie den aus religiösen Gründen, so wie hier. Manchmal aus ganz anderen Gründen. Es ist letztlich immer dasselbe. Es geht nicht darum, Leute zu lieben. Und das Spermium sucht noch immer nach einer Eizelle im Hintern des Mannes. Ich kann diese Sätze nicht verarbeiten. Wirklich ganz kurz, Chat. Ich bin kurz davor, ich kann, und das Spermium sucht noch immer nach der Eizelle. Ich kann diese Sätze nicht verarbeiten. Wer denkt sich denn diese Sätze aus? Was ist das? Digga, es fing so lustig an. Und das Spermium sucht noch immer nach einer Eizelle im Hintern des Mannes, was dafür spricht, dass es gegen die Natur geht. Weil das Spermium noch immer nach einer Eizelle sucht. Nach einer Eizelle. Du platzierst keinen Diamant in einem Mülleimer, richtig? Genauso wenig solltest du ein Spermium in den Hintern eines Mannes ne? Versteht ihr den Vergleich? Der Hintern eines Mannes ist dafür, dass da Kacke rauskommt. Okay, ey, gut. Ich glaube, wir gehen aus diesem Video jetzt raus und gucken das andere zu Ende. Da ist er noch ein bisschen, hat er noch ein bisschen mehr die Fassade von Ich lieb euch. Es geht mir um was Positives. Da ist noch nicht so durchgekommen, dass es alles aus einem tiefen Gefühl von Verachtung und Ekel und Hass rauskommt. Da hat er es noch nicht so gezeigt. Deswegen lasst uns doch einfach das ein bisschen mehr gucken, weil da hat er diese Fassade noch ein bisschen mehr drauf. Also auch da ist er todesqueerfeindlich, aber sagt es nicht so deutlich, wie wenn man ihn sonst mal reden lässt. Puh, Alter. Wisst ihr, an wen mich der Talking Point gerade erinnert hat? Von, ähm, ist er ekelhaft, dass, wenn die sich in den Arten, ne, diese Talking Point? Ist es nicht genau Prinz Markus? Gibt es nicht einen Clip von Prinz Markus, wo er ziemlich exakt das sagt? Wo er auch sagt, ja, das müsst ihr doch akzeptieren, wenn ich das so finde. Also genau das, genau das Weltbild von, von Torik, wie, wiederholt und in dem einen Fall steht Gott irgendwie drüber und im anderen Fall halt nicht. Das funktioniert, also du kannst halt menschenverachtend sein mit der Begründung, Gott hat mir das gesagt, du kannst auch menschenverachtend sein ohne die, ohne die, die, die Begründung, Gott hat mir das gesagt. Das ist nichts, was aus Religion raus entspringt. Das geht halt nur so und so. Ich bedanke mich am Ende für die ganzen Donis. Ne, wirklich, wir sind in dieses Video reingekommen mit einer positiven Stimmung, dann wurde sie ein bisschen schlechter und jetzt wirklich Torik geht absolut gar nicht klar, Digga. Geht absolut gar nicht klar. Torik ist auch so ein Typ, es lohnt sich nicht, mit dem zu reden. Es lohnt sich nicht, mit dem einen Talk darüber zu halten, ob das irgendwie jetzt Sinn macht oder nicht, weil ich gehe davon aus, wenn du mit dem drei Stunden redest, geht es nur darum, dass er predigt, 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 predigt. So, er ist nicht in der Lage dazu zu sagen, okay, warte mal, ich habe hier ein Argument, lass uns mal, und du hast eins, lass uns miteinander mal rausfinden, wo gibt es irgendwelche Angriffspunkte vielleicht, können wir uns hier weiterentwickeln, können wir hinterfragen, was wir vielleicht glauben, weil er das ja gar nicht muss, denn er hat doch die Wahrheit gepachtet. Vertraue auf Jesus als deinen Herrn und Retter. Er wird kommen mit einem Feuer, mit einer Kraft, mit einer Liebe, mit seinem... Stay hat mit ihm geredet. Ah, yo, ich glaube, ich habe das gesehen. Also, ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe das Thumbnail, glaube ich, gesehen. Also, ich hatte mich gewundert, warum Stay zweimal ein Video dazu hochgeladen hatte, zu dem Thema, aber wahrscheinlich einmal Reaction, einmal Talk, ja. Im heiligen Geist, wie du das noch nie erfahren hast. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist, denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Das habe ich gesagt, nachdem ich, oh, ich setze mal wieder meine Cam runter, das habe ich gesagt, nachdem ich eine Reihe von Stellen aus der Bibel zitiert habe, die wörtlich gesehen einfach nur weird, wack und f***ab sind. Wo ziemlich jeder der Meinung wäre, dass es weird, wack und f***ab ist. So, das war der Kontext. Christentum wäre kein Psychopathenfeind. Im Gegenteil, es wäre so heftig, wenn jeder das leben würde. Nee, es wäre nicht heftig, wenn jeder störrische Kinder steinigen würde. Das wäre nicht heftig, das wäre wack. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tu Gutes denen, die dir Böses tun, segne die, die dich verfluchen. Ich kann das nicht. Aber Thorik, dieser Part aus der Bibel ist doch nicht das, womit irgendwer ein Sch***problem hat. Dieser Part aus der Bibel ist doch das, was zum Glück die meisten Christen als ihren Kernpunkt sehen und nicht noch dazu Queerfeindlichkeit reinpanschen. Dieser Part ist doch der gute Part. Da hat doch niemand ein Problem mit. Weißt du, das Problem ist, wenn Religion in der Kirche ist. Wirklich, ist es so, dass er es logisch nicht mal auf die Kette kriegt. Dass ich sage, hey, in der Bibel stehen viele coole Sachen, aber es stehen auch ein paar Sachen, die ziemlich, ziemlich kacke sind. Zum Beispiel das, 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 viele Beispiele und danach sage ich, hey, weil nicht nur Gutes steht, sondern auch ein paar Stellen, die halt weird sind, ist es sehr weird, wenn du sagst, dass du an jeden einzelnen Satz glaubst und nicht nur an die guten Stellen. Das ist meine Aussage. Und er sagt, nein, das ist nicht weird, wenn man an jeden einzelnen Satz glaubt, denn es gibt doch die guten Stellen. Und er checkt nicht mal, dass das kein, dass das nichts macht mit dem, was ich gesagt habe. Das nimmt nicht das, was ich gesagt habe und geht einen Schritt weiter. Digga, ich würde es nicht mal als Strohmann bezeichnen. Also es ist ein Scheitern von Mitkommen in der Diskussion eher. Also ich unterstelle ihm gar nicht, dass er bewusst einen Strohmann baut. Ich glaube wirklich eher, dass er daran scheitert, zu verstehen, worum es geht. Wenn es tot ist, wenn die Kraft Gottes nicht da ist, wenn der Geist des Herrn nicht da ist, wenn die Bibel sagt, dass die gesamten Gebote werden zusammengefasst in diesen zwei Sachen. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten, wie du selbst. Ja, das sind alles die geilen Parts. Behalt die und mach den Rest nicht. Und das ist auch das Ziel des Christentums. Beziehung mit Gott und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Und das ist alles total toll. Aber wenn es nennen, wenn Gott so wäre, dass wenn ich sterbe, er sagen würde, ey, was ist hier los? Du hast mal Gay-S*** gemacht. Du hast mal vor der Ehe gehabt. Was auch immer. Ist jetzt egal was. Du hast mal vor der Ehe gehabt. Das ist nicht fein. Das ist nicht okay. Ich würde dich jetzt in die Hölle dafür schicken. Ganz ehrlich, Torik, wenn das so wäre, nehmen wir es mal an, dann gehe ich freiwillig in die Hölle. Ich will nicht abhängen mit einem Dude, der so ist. Das ist nicht jemand, wo ich bevorzuge, bei dem zu sein. Ist es nicht. Dann gehe ich lieber in die Hölle, weil da ist Gay-Pride, die sind gut drauf. So, wenn du struggelst mit Depression oder mit Anxiety oder mit Panik, mit Selbstverletzung, mit Humorität, egal. Bitte, bitte dann. Und das würde, das würden die meisten Theologen genauso jetzt auch sagen, das würden die meisten Pfarrer genauso jetzt auch sagen, wenn all das ist, bitte hol dir professionelle Hilfe. Zusätzlich, zusätzlich zu einer Therapie auch mal mit einem Pfarrer sprechen. Ist kein Problem. Aber zu glauben, dass das das Einzige ist und dass du nicht eine Therapie machen brauchst, ist nicht vorteilhaft. Egal, was es ist, Jesus kann dich freisetzen. Gott kann dich füllen mit seinem Geist. Gott kann dir, kann kommen mit seiner Liebe, die du noch nie gefüllt hast. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, der dieses Video schaut, weil ich will auch dir die Option geben, das zu erfahren, dann bete das hiermit. Es ist auch so langweilig, ihm zuzuhören, weil es alles, du merkst, es ist eine Predigt, die hat er schon tausendmal hundert gerade dazu. Schließ deine Augen. Schließ einfach kurz deine Augen. Nee, mach ich jetzt nicht. Ich bete das auch nicht mit, weil ich finde, wenn man mitbetet, dann sollte man es auch irgendwie ein bisschen fühlen. Man muss ja nicht christlich sein, um mitzubeten. Das kann auch andere Werte haben, das kann auch andere Gründe haben, etwas mitzubeten. Aber wenn man etwas mitbetet, dann sollte man es wenigstens halbwegs fühlen. Dafür muss man nicht Christ sein, aber dafür sollte man es ernst nehmen. so, ne? Also, Punkt. Das ist meine Meinung. Und wie du das hier mit mir? Jesus, ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du Herr und Retter bist, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist, begraben wurdest und Ich skipp mal, ja, also ich glaube, es ist fein, oder? Dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung bei mir, die Liebe des Vaters, wie sehr mich Gott liebt und ich will auch auch noch für euch beten. Herz, jetzt, in Jesus' Mächtigenahm und einige von euch, ihr fangt gerade an zu weinen, wenn ihr dieses Gebet betet. Ich habe aber auch geskippt, hätte ich nicht geskippt, würde ich wahrscheinlich jetzt gerade weinen. Und ich will, weil ich irgendwann mal auch S*** oder Ehe hatte und das betrifft mich einfach stark. Auch noch für euch beten. Vater, ich danke dir für jeden, der dieses Video sieht. Ganz kurz, wenn jetzt nur noch Gebet kommt, dann würde ich das jetzt nicht so, also würde ich das einfach skippen, weil ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht der Point. Ich will jetzt auch nicht irgendwie auf Gebete oder so gebeten. Also Gebete helfen Leute voll viel und ich will, ich finde, dass es, dass Torik Gebete voll in den Dreck zieht, weil er sowas damit macht. Ich finde, dass Torik super, super disrespectful, dem christlichen Gott gegenüber ist, weil er so ein Bild von ihm zeichnet, so, wir sind gerade viel respektvoller dem Christentum gegenüber, wir sind viel respektvoller Gott gegenüber, wir sind viel respektvoller dem allen gegenüber. sieht und für jeden, der gerade durch deine Kraft berührt wird und ich bete, Heiliger Geist, füll sie, berühre ihr Herzvater, heile ihr Herzvater. Ich bete speziell für dich, dass dein Herz geheilt wird, jetzt, in Jesus mächtigem Namen. Und ich will jetzt auch noch für dich beten, wenn du mit Homo struggelst. Jetzt sind wir full circle gekommen, weil ich glaube, genau diese Aussage war das, was ich eingespielt hatte von ihm. Genau diese Aussage, wenn du mit Homo struggelst, dann bla bla bla, dann habe ich hier die Lösung, weil Gott, das war glaube ich der Grund, warum ich ihn in das Video reingenommen habe und jetzt hat er der Welt gezeigt, dass er viel schlimmer ist als das und wir beenden wieder bei dem Satz, der der Grund war, warum er in mein Video reingekommen ist. Oder mit irgendeinem anderen unreinen Geist struggelst, dann will ich jetzt für dich beten und ich bete in Jesus mächtigen Namen, dass jeder unreine Geist, der meine Stimme hört, ich befehle dir in Jesus Namen, fahre jetzt aus in Jesus Namen, ich komme gegen Panik in Jesus Namen, ich komme gegen Depressionen in Jesus Namen, ich komme gegen jeden unreinen Geist, der Homo und ich befehle in Jesus Namen. Warum macht er es immer so schade? Manchmal zwischenzeitlich kommen so Sätze, wo du denkst, das wäre doch cool, wenn Leute daran glauben würden und dann kommt wieder was, was richtig Scheiße ist. Ja, also für die Leute, die jetzt von euch gerade von ihrer Gayness frei geworden sind, ja, müsst ihr mit klarkommen. Es gibt vielleicht, guck mal, jetzt gucken jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade zuschauen beim Chat so, äh, im Stream so, aber es gibt doch Leute, die haben, die sind homosexuell und haben eine Partnerperson, ne? Und das heißt, es könnte ja sein, dass ihr jetzt natürlich davon, ihr seid ja frei geworden davon, ne? Dass ihr jetzt, also ich mir das vorstelle, so zwei Frauen, die haben eine Beziehung, die gucken gerade irgendwie den Stream und jetzt haben, habt ihr das, das Gebet gehört und jetzt sind die natürlich nicht mehr gay, sind ja frei geworden davon, ihre unreinen Geister, die Gay-Geister sind raus und jetzt gerade gucken die sich an und sagen, oh, Digga, was machen wir denn jetzt? Weil das ist ja jetzt stressig, ne? Du musst den Haushalt aufteilen, das hat viel auch so, so Orga-Aufwand, ne? Du musst dich jetzt trennen. Schon stressig. Aber unterm Strich gut, weil die unreinen Geister sind raus, die Gay-Geister und dann kommt man eher in den Himmel. Wahnsinn. Ja, ey, ähm, ich glaube an dieser Stelle, hören wir einfach mal auf, ich glaube viel mehr passiert auch in dem Video nicht, äh, geht noch ein bisschen mit dem Gebet weiter, dass ihr nicht mehr gay sein sollt. Äh, die Kommentare, TJ hat in die Kommentare geschrieben, Homosexualität ist was komplett normales, Amen. Torik hat geantwortet, unnormales Sternchen. Ja, cool. Ja, cool. Also, alle in den Kommentaren sind, so wie ich es sehe, nicht so, sagen wir mal, nicht so auf Torik Seite, nicht so wirklich auf Torik Seite, ähm, ja, und das macht mich sehr glücklich. Das macht mich sehr glücklich. Ich möchte abschließend auch mal betonen, dass die meisten Christen nicht so sind wie Torik. Torik ist ein, ja, ein Extremist. Torik ist ein, äh, menschenverachtender Dude, der sich ein sehr simples Weltbild geschaffen hat, ähm, und, ja, damit irgendwie über die Runden kommt und wahrscheinlich das auch niemals ablegen wird und das ist sehr, sehr schade. Die meisten Christen sind nicht so und der christliche Gott ist auch nicht so. Ich habe mehr Respekt vor dem christlichen Gott als Torik, weil Torik beschreibt ihn ziemlich bescheiden und ich glaube, dass er cooler ist. So, ich habe das Video geliked. Ah, Chat, Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich gebe natürlich einen Daumen runter. Und jetzt, ich habe es aus einem Reflex das Video geliked. Wir gucken selten Videos, die richtig sind. Puh, puh. Okay, erst mal durchatmen, durchatmen kurz. Ja, sad, es ist sad, dass es Leute gibt wie Torik. Ich glaube auch nicht, dass er sich jemals verändern wird. Egal, was du ihm zu ihm sagst, kann es sich ja nicht verändern, weil sein Weltbild ist, er weiß die Wahrheit, er hat die gepachte, die Wahrheit. Du kannst ja dann nichts zu ihm sagen, was ein Weltbild ändert. Deswegen, ja, deswegen ist das so.